Der Tundra-Lauf als Team sollte man doch wohl schaffen. Zum Schluss die Bounce Pits, das ist gut, das gefällt mir besser, das gefällt mir besser, das gefällt mir mehr. Es ist so ein Gedränge hier. Aber es läuft ganz gut, wir sind doch ganz gut dabei hier. Jetzt laufen wir schön entspannt aus dem Raum. Das ist keine Hektik, wie man das alles kaputtet. Ich sag ja, es springt einfach. Ah, nee, das war so knapp. Ist er frei, oder? Versaut es mir schon so ein bisschen. Das war jetzt auch nicht so Pech. Letzere. So, wir sind drin. Wir haben noch 17 Punkte geholt. Trupp Position 11. Komm, ich glaub an euch. Team! Wir sind alle drin und wir sind nicht weiter. Schade. Auch gleich wieder raus, auch gleich wieder neu. Pfiiii, da fällt die Bohne wieder. Und fällt genau auf den Türenlauf. Mal gucken, wie wir das als Team abschneiden. Mit Eierschale und Reiswut Samurai-Mann. Was natürlich auch schon mal fail. Und jetzt haben wir immerhin die große Auswahl. Wir räumen das Feld von hinten auf. Ja, wie es so schön heißt. Und wir sind als Team wieder raus. Ich glaube, Truppenspiele ist nicht ganz so. Der Rollweg. Damit kennen wir uns doch bestens aus. Einer unserer Lieblingsspiele inzwischen. Können wir schon fast sagen. Wir sind immer schön und ruhig und gut geduld. Wenn die Leute ja nicht wunderschöpfen würden. Dann ist das hier alles auch ganz einfach machbar. Wir sind jetzt die Leute, die Leute auszultern. Aber nicht die Leute auszultern. Das ist die Leute. Also können die Leute auszultern. Sehr gut. Truppenpositionen sieht diesmal sehr gut aus. Da vorne läuft auch noch einer und der kommt auch bei den C hier. Ich bin fast stolz auf euch alle aus meiner Truppe. Fast, aber auf dich bin ich auch stolz, mein kleiner Junge. Komm. Ich glaub an dich, du schaffst es. Unser ganzes Team glaubt an dich. Du musst nur auch an dich selber glauben. Und er hat's getan. Er ist drin. Ah, so knapp von Ziel. Aber ein kleiner Junge-Job-Band. Hättest du es fast noch geschafft. So, nächste Runde. Das Ausweichmanöver. Die besten fünf Teams kommen weiter. Na, fangt ihr doch jetzt runter. Wie kommt denn der eine Nacht da ganz vorne so schnell? Aber wir sind als Team sehr gut vorangekommen. Wo ist unser kleiner Fratz? Da heißt unser kleiner Fratz. Der schafft's da auch noch. Sehr gut. Ich würde sagen, das ist safe. Warum ist hier eigentlich die Musik dann so weg? Aber jetzt ist er immerhin wieder da. Und da oben ist eine komplette Affen-Bande. Das sind bestimmt alles Kumpels, die zusammenspielen und sich alle den Affen-Skin begönnt haben. Ach, dieses Spiel, wo die Schneebälle durch die Gegend fahren. Und man einfach nur draufbleiben muss. Ich bin ein bisschen noch nicht allzu schwer. Aber wer weiß, das kann sich alles noch ändern. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Schneebälle in mich fokussieren. Da wurde ich einfach hart getroffen. Wenn da kein Eis mehr gewesen wäre, wer ist das jetzt? So wie jetzt. Los, Trupp. Ich glaube an euch. Ja, es lebt nur noch einer. Schade. War knapp. Wir sind sogar vierter geworden als Team. Ist die Affen-Bande? Ja, die Affen-Bande ist noch drin. Also gehen wir zurück ins Hauptmenü. Und holen uns unsere verdienten Pünktchen an. Vielen Dank dafür. Und es war noch eine kleine Trupprunde.